Wenn wir das mit dem Geld lernen, brauchen wir keinen Job. Es ist doch eigentlich ganz einfach. Wir brauchen einfach nur Geld als Fach in der Schule. Reiche Menschen sollten das unterrichten und es würde dem ganzen Land viel besser gehen. Stattdessen lernen wir Mathematik, aber nicht den praktischen Bezug zum Leben und der wäre Geld. Wir lernen Geschichte, aber nicht wie wir Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Wir lernen Biologie, aber nichts über Gesundheit und Ernährung. Okay, lass uns einmal darüber nachdenken, warum wir kein Geldfach in der Schule haben. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Ich habe mich mit sehr guten Lehrern unterhalten, mit Philosophen, mit Wissenschaftlern. Und ich habe ihnen diese Frage gestellt, warum lernen eigentlich unsere Kinder nicht das Fach Geld in der Schule? Weißt du, was die Antwort war? Das ist nicht das, was du in der Schule lernen sollst. Geld sollst du nicht lernen. Du sollst lernen, dass du ein angepasster, gut funktionierender Mensch bist, dass du dann einen Job suchst und dass du damit Geld verdienst. Das überrascht mich immer noch, obwohl ich weiß, dass die meisten Menschen so denken. Die meisten Menschen denken, wir brauchen einen Job, um Geld zu verdienen. Und das denken sie, weil sie es in der Schule gelernt haben, eingetrichtert bekommen haben. Es ist für sie so selbstverständlich, dass sie gar nicht anders denken können. Ich sage, wenn wir das mit dem Geld lernen, brauchen wir keinen Job. Wenn ich so etwas sage, dann regen sich die Lehrer und die Philosophen furchtbar auf. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir sollten nicht arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Wir sollten arbeiten gehen, weil es uns Spaß macht, weil wir es gut können und weil wir für andere etwas Sinnvolles tun, weil wir Probleme lösen, weil wir etwas besser machen. Geld folgt dann automatisch nach. Aber wenn wir zuerst an das Geld denken, dann werden wir niemals wirklich gut in unserem Job. Dann werden wir niemals wirklich anderen Menschen helfen. Dann werden wir niemals wirklich ein erfülltes, glückliches Leben haben und auch kein glückliches Geld bekommen. Glückliches Geld bekommen wir, wenn wir glücklich sind, wenn wir arbeiten. Und wenn wir andere Menschen mit unserer Arbeit glücklich machen, dann bekommen wir glückliches Geld. Und glückliches Geld bleibt bei uns. Aber zurück zu der Frage, warum lernen wir nicht Geld in der Schule? Die Antwort ist sehr ernüchternd und brutal, weil die Regierung das nicht will. Die Regierung will, dass wir uns einen Job suchen, um Geld zu verdienen. Die Regierung will, dass wir nicht so viel Geld verdienen, dass wir die Regierung nicht mehr brauchen. Also die Regierung will, dass wir sie brauchen. Sie will uns einreden, du brauchst uns, du brauchst einen sozialen Staat. Ich finde den Sozialstaat extrem wichtig für Arme und Kranke. Die dürfen wir nicht sich selbst überlassen. Wir müssen ihnen helfen, auch viel mehr, als wir das jetzt tun. Das ist unsere moralische Verantwortung. Aber es darf nicht sein, dass die Regierung uns einredet, du bist schwach. Es darf nicht sein, dass die Schule uns einredet, du brauchst einen Job, damit du Geld verdienst. Und dass wir uns dann sagst, und du brauchst einen Staat, der dir später die Rente bezahlt, deine Rente bezahlt. Niemand braucht eine Regierung, die dir einredet, dass du eine Maus bist. Eine kleine Maus und dass du eine Maus bleibst. Ich war mit 26 Jahren pleite. Warum? Weil ich in der Schule nichts über Geld gelernt habe. Weil ich vor meinen Eltern falsche Glaubenssätze über Geld gelernt habe. Weil die Regierung ein schlechtes Vorbild war. Mein Coach war einverstanden, mir beizubringen, wie ich vermögend werde. Aber er hatte eine Bedingung. Er würde mir niemals Geld bezahlen. Er würde mir niemals Geld schenken. Hatte ich auch gar nicht erwartet, dass er mir Geld schenken würde. Aber als er das dann sagte, ich werde ihm niemals Geld schenken, da war ich außer mir. Ich dachte, der hat doch so viel Geld. Ich will doch was Leichtes für ihn. Er sagte mir, wenn ich dir Geld schenke oder leihe, dann wirst du niemals das lernen, was du in der Schule nicht gelernt hast. Nämlich selber zu Geld zu kommen. Mein Coach fragte mich auch, ob ich das liebe, was ich tat. Er forderte mich auf, zu kündigen. Warum? Weil er mir beibringen wollte, dass ich niemals einen Job suchen sollte, um Geld zu verdienen. Wenn du pleite bist, ist es unfassbar, wenn jemand zu dir sagt, kündige deinen Job. Es ist einfach so. Wir könnten Geld in der Schule sehr leicht lernen. Weil wir es aber dort nicht gelernt haben, ist es jetzt ein bisschen schwerer. Und es ist mein Lebenswerk, Menschen zu helfen, dass es nicht zu schwer wird. Ich habe vier Videos, die dir einen guten Einblick geben, wie du das spielerisch lernen kannst. Schau in die Bio und dann siehst du dir diese vier Videos kostenlos an. Wann immer ich es konnte, habe ich die Nähe meines Coaches gesucht. Und sechs Jahre lang hat er mich gecoacht. Immer wenn er einige hundert Kilometer fahren musste, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn fahren könnte. Und in der Zeit konnte ich dann wieder etwas lernen. Er lehrte mich, Spaß zu haben. Wenn du pleite bist, meinst du nicht wirklich, dass du als allererstes Spaß haben lernen musst. Du willst Geld. Du musst deine Rechnungen bezahlen. Aber wenn wir über die Autobahn fuhren, dann sagt er ganz oft, fahr jetzt mal da raus zu dieser Raststätte. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken, haben rumgealbert und sind nach 20 Minuten fröhlich weitergefahren. Auf diese Weise brauchten wir oft zwei oder drei Stunden länger, als es nötig war. Und ich hatte dadurch keinen verdammten Euro mehr. Und ich war manchmal wirklich rebellisch. Ich dachte mir, wenn du so reich bist, dann ist es leicht, wenn du fröhlich bist. Aber ich, aber mein Coach wollte mir beibringen, dass Geld zu glücklichen Menschen schneller kommt und auch länger bei ihnen bleibt. Er zeigte mir, dass ich lernen sollte, zu verkaufen und Menschen zu führen. Ich hatte ein ganz komisches Bild von Verkaufen. Ich dachte, es bedeutet, andere Menschen zu bereden, auf sie einzureden, kaufen, kaufen, kaufen. Aber Verkaufen ist etwas ganz anderes. Verkaufen ist, Menschen von Herz zu Herz zu berühren, zu kommunizieren. Jede Form von Gespräch ist eine Art von Verkaufen. All das musste ich lernen. Und auch über Führung hatte ich ein ganz falsches Bild. Ich dachte, dass ich dann zu Menschen sage, jetzt mach das und dann mach das und dann mach das. In Wahrheit ist Führen etwas ganz anderes. Mein Coach rief manchmal so einem Wildfremden zu, manchmal über die Straße hinweg, 30 Meter entfernt. Können Sie mir mal eben helfen? Können Sie mir mal eben helfen? Und sofort kam dieser Mensch und fragte, wie er helfen könne. Und manchmal habe ich erlebt, dass mein Coach diesen Menschen innerhalb von einer Stunde eingestellt hat, weil er sagte, an dieser Person habe ich Spaß. Ich möchte sie einfach in meinem Business haben. Ich habe gelernt, dass Führen bedeutet, Hilfe anzunehmen. Das wollte er mir damals zeigen. Wir können nicht alles alleine machen. In einem Team erreichen wir viel, viel mehr. Siehst du, was das alles mit Geld zu tun hat? Ich will es dir sagen. Alles das, was ich dir gerade gesagt habe, davon hast du nichts in der Schule gelernt. Du hast ein falsches Bild darüber, dass du einen Job haben müsstest, um Geld zu verdienen. Also ein falsches Bild über die Reihenfolge. Wir sollten erst etwas Gutes tun, für andere ein Problem lösen, dann folgt Geld automatisch nach. Wir haben ein falsches Bild über Glück. Das Problem der Schule ist, dass wir eine ganze Menge von falschen Lehrern haben. Lass uns ganz deutlich sprechen. Falsche Lehrer sind die, die nicht tun, was sie lehren. Was so oft gar nicht möglich ist, weil das, was sie dabei bringen sollen, so unfassbar abstrakt ist, völlig lebensfremd. Von meinem Coach habe ich gelernt, dass wir Straßenschlauheit lernen müssen. Und Straßenschlaue Lehrer sind die, die jeden Tag tun, was sie lehren. Mein Coach hatte einige tausend Mitarbeiter. Der konnte wirklich führen. Er war reich, er war glücklich und er war extrem guter Laune. Wirklich fast immer. Und mein Coach zeigte mir, dass Probleme gut sind. Denn immer wenn sein Business wuchs, dann deshalb, weil er neue Probleme bekam, die er gelöst hat. Nicht alleine, sondern im Team. Probleme lösen ist Wachstum. Ein ungutes Gefühl von Problemen zu haben, ist wieder natürlich. Es geht wieder die menschliche Natur. Aber warum sind die meisten Menschen so? Warum? Wir haben es wieder nicht in der Schule gelernt. Und was haben wir gelernt? Dass Fehler schlecht sind. Dass Probleme schlecht sind. Dabei ist es doch ganz einfach. Wenn andere Menschen Probleme haben, ist es für uns eine Chance, ihnen zu helfen. Und wenn wir Probleme haben, ist es für uns eine Chance, zu wachsen. Was hat unsere Einstellung zu Problemen mit Geld zu tun? Ganz einfach. Wir werden das, was wir sagen. Nochmal. Wir werden das, was wir sagen. Wenn wir sagen, Probleme sind schlecht, ich kann das nicht, bleiben wir arm. Wenn wir sagen, ich kann das, dann werden wir reich. Dieses, ich kann das oder ich kann das nicht, hat viele Ausdrucksformen. Eine ist, ich kann mir das nicht leisten. Das ist eine andere Form für, ich kann das nicht. Wer das sagt, der bleibt arm. Für den bleibt es wahr. Er würde es sich nicht leisten können. Reiche, positive Menschen mit einem positiven Mindset fragen, wie kann ich mir das leisten? Das ist was ganz anderes. Diese Frage öffnet deinen Geist. Du wirst immer das, was du sagst. Wer sagt, ich kann nicht verkaufen, ich kann nicht führen, für den bleibt das wahr. Wer sagt, ich kann mir das nicht erlauben, der bleibt arm. Wer sagt, ich brauche einen Job, um Geld zu verdienen, für den bleibt Arbeit genau das, ein Job, wo es nur darum geht, Geld zu verdienen. Ohne große Befriedigung, ohne großes Glück. Wenn du sagst, Probleme stoppen mich, wird genau das passieren. Mir haben Menschen buchstäblich im übertragenen Sinn ein Messer in den Rücken gestochen. Und ich sage dir, das war gut. Ich bin daran gewachsen. Ich bin stärker geworden, weiser geworden. Ich weiß, dass nicht alle Menschen Gutes im Schilde führen. Du kannst dir einfach sagen, eigentlich sind alle Menschen Gutes. Stimmt einfach nicht. Es gibt einfach Schurken. Es gibt einfach Gauner. Aber du kannst auch an denen wachsen. Ich will dir übrigens nicht auf die Schule schimpen. Es gibt einige unfassbar gute Lehrer. Aber es ist einfach nur schade, dass wir nicht die richtigen Dinge in der Schule lernen. Die meisten von uns lernen es auch nicht in der Familie. Die Mittelklasse lehrt ihre Kinder, nämlich eher mittelmäßig zu bleiben. Realistische Ziele zu setzen. In der Schule gut aufzupassen. Guten Job zu bekommen. Später eine ansehliche Rente zu haben. Im Idealfall dazwischen irgendwie mal ein Häuschen oder eine Immobilie kaufen, die man dann 30 Jahre lang abbezahlt. Ich will nur sagen, unsere Schule und die meisten unserer Familien bringen uns nicht das Richtige über Geld bei. Das heißt aber nicht, dass du es nicht lernen kannst. Aber lerne es von den richtigen Leuten. Wer kann dir Geld beibringen? Unternehmer. Wenn ein Unternehmer das Thema Geld nicht gemeistert hat, dann ist er bald pleite. Ein Unternehmen, der ein erfolgreiches Unternehmen hat, der kann Geld. Es gibt eine Schule, die niemals endet. Das ist die Straße. Ich nenne es straßenschlaues Lernen. Du lernst von Menschen, die es können und die es tun. Nicht von Menschen, die irgendetwas wissen, aber nicht sehr viel können. Du lernst lebenslang. Du lernst, dass Probleme gut sind. Dass Verkaufen Kommunikation ist. Dass Führen nichts anderes ist, als andere, um Hilfe zu bitten. Dass Geld eine natürliche Folge ist, wenn du für andere ein Problem löst und selber immer stärker wirst. Das macht er in der Schule, die nicht hilft, Vermögen zu werden. Eine gute Finanzausbildung aber schon. Eine Finanzausbildung von einem Unternehmer, von jemandem, der Geld kann. Woher weißt du, ob jemand Geld kann? Weil er es hat. Vergiss Professoren und andere Theoretiker, die kein Geld haben. Was willst du von denen lernen? Ich rede nicht gegen die Schule. In der Schule können wir einige wirklich nützliche Dinge lernen. Aber was ich sage ist, du brauchst zusätzlich eine straßenschlaue Ausbildung. Hier lernst du die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Lerne lebenslang. Lerne zu leben. Zu lieben. Zu lernen. Und hinterlasse eine Legende. Das sind die vier großen L's. Und lerne messbar. Deinen Kontostand kannst du messen. Du kannst nach einem guten Kurs sehen, ob sich dein Kontostand verändert hat. Das ist messbar. Das ist der Grund, warum so viele Menschen von mir lernen, weil sie nachweislich messbar etwas in ihrem Leben verändert haben. Ich freue mich, wenn auch du etwas in deinem Leben veränderst. Ein bisschen mit meiner Hilfe. Frage dich, wo kann ich jetzt straßenschlau lernen?